Schauen wir als nächstes bei Zeo rein, Zeo und das Internet. Einfach was lustiges für zwischendurch, damit wir ein bisschen wieder runter kommen. Letztes Thema war ja ein bisschen schwieriger. Let's go. Nicht für Kinder geeignet. Leute, ich liebe ja Kung Fu Panda, deswegen bitte Leute. Nicht für Kinder geeignet. Leute, ich liebe ja Kung Fu Panda, deswegen bitte Leute, macht mir diesen Film nicht kaputt. Hey, ja, okay, Poe ist schon so ein bisschen tollpatschig, aber der führt sich doch nicht auf wie ein Montana Black auf Nikotin hinzu. Alter, was ist denn das? Hey, Ugwe ist doch mega, weise und toll, der macht doch keine... Monkey. Schildkröten, Stöhngeräusche. Meister Ugwe, ich brauche einen Rat. Musst du nach der Lasagne scheißen wie ein Vieh? Hast du eine Käse-Allergie? Was? Ein Furz im Freien bleibt verborgen. Aber ein Furz unter der Decke bleibt bis morgen. Was? Du brauchst eine Farbe an der Spitze. Warst du in der falschen Ritze? Ja Leute, endlich ist es wieder soweit. Du bist aus dem allergeilsten Videoformat auf ganz YouTube gelandet. Theo und das Internet. Diese Weisheit. Ja, hier hat immer wieder eure Videos eingesandet, bei denen ihr der Meinung... Wirklich, wirklich tiefgründig. Denk mal ein bisschen drüber nach. Ich brauche Kontext. Ich nicht. Ich muss die unbedingt mal gesehen haben und da ist alles Mögliche mit dabei, wie zum Beispiel Beeindruckendes. You spin me right around, baby right around. Shout out loud. Aber eben auch manchmal Erschreckendes. Entschuldigung, wisst ihr... Oh mein Gott, entschuldigen Sie haben mich jetzt erschrocken. Bitte was keine Schmerzen zu tun. Nur eine Frage. Ja. Wisst ihr, wisst ihr, wo das Kino ist? Ja, Sie müssen jetzt... Komm mal rein. Aus an der Formuladen... Alter, warum? Was war das? Warum hat er das gemacht? Weil es lustig ist, Mann. Und ich habe mir aus euren Videos dieses Mal sogar zwölf Stück rausgesucht. Ja, und diese pfeifen wir uns jetzt hardcore rein, oder? Habt ihr Bock? Ja, da die. Doch Leute, lasst an der Stelle mal ordentlich Konfetti da. Euer Support ist am allerwichtigsten, um diesen Kanal am Leben zu halten. Oh, er hat schon die 500.000... Okay. 500.000... Leute, schaut mal, ob bei euch der Kanal auf abonniert steht, weil das ist wirklich sehr wichtig für mich. Zeo Elite, ihr seid die geilsten. Okay, jetzt heißt er wie immer. Eure Videos, meine Reaktion, beziehungsweise Edits darauf. Viel Spaß mit der neuesten Ausgabe von Zeo und das Internet. Los geht's! Zeo und das Internet. Wie alt ist dieses Intro, bitte? Wie alt. Das bin ich. Kevin gewinnt die ganze Show. Ja, habt ihr eigentlich die Streaming Awards verfolgt? Wenn nicht, dann hier ganz kurze Zusammenfassung. Und ich würde sagen, wir schauen, wer hat gewonnen. Papa Platte! Papa Platte und Reed! Papa Platte, Kevin! So, Papa Platte, einmal vor zur Rüde, bitte. Das beste Streamer-Duo ist dieses Jahr... Papa Platte! Papa Platte und Reed! Ja, da sind wir wieder. Stiggy und Papa Platte! Papa Platte! Excusi und Papa Platte! Hey, Papa Platte! Papa Platte, der dem Zuschauer zum Millionärer... What the fuck, bro, imagine, wohin mit den Preisen? Chancy Anwälte! Mein Mandant ist unschuldig. Können Sie doch... Also, ich fand, die Streaming Awards sind mehr oder weniger halt gescheitert, dadurch, dass eigentlich nur die Streamer mit der größten Reichweite eine Chance hatten. Das auch beweisen. Selbstverständlich kann ich das. Schwör mal auf deine Mutter. Ich schwöre auf meine Mutter, ich war's nicht. Das ist kein Beweis und das wissen Sie ganz genau. Entschuldigen Sie, Herr Richter, aber bitte sprechen... Doch ist es. Man schwört... Man lügt nicht, wenn man auf seine Mutter schwört. Hören Sie mich meinen korrekten Pronomen an, wenn Sie mit mir reden. Äh, okay, wie lauten die denn? Das ist mir zu privat, machen wir weiter. Alter Chian, ich hab dich an diesem Video hier ordentlich gelobt, bitte. Bitte lass mich das nicht bereuen, Mann. Äh, beste Freunde oder so? Ja, okay, alles klar, ich muss los. Ich chill mit meinem besten Freund. Ciao, ciao. Jo, was hast du gesagt? Bester Freund? Meinst du das ernst? Ja, normal, Bruder, du bist mein BFF. Sogar zwei Fs, hab ich's ehrlich geschafft? Auf... IFF... F... Platz 1. Auf Platz 1? Ganz oben, mein Bro. Fuck, ich muss heulen. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung, so beste Freunde Sachen, Freundschaftsanbänder oder so'n Scheiß? Ja, Händchen halten. Ja, äh, was, chill mal, Bro. Ich, ich will auch im besten Freund. Der krasseste Edit, den ich se... Händchen halten, das ist bisschen too much. No homo. ...langem gesehen habe... Habt ihr Ka-Ka-Guru-Ya geschaut? Dann, 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 dann... Dann kommt euch das irgendwie bekannt vor. Hey, es ist doch nur Uno, Alter. No Uno Aber apropos Effekte, ich hab wieder was echt geiles für euch gebastelt Das ist Werbung Skip, 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 skip Holt euch Just Legends, keine Ahnung was das ist Ja, holt euch das Mein absoluter Lieblingsbooster ab jetzt Okidoki Der Channel ist auch sonst ganz gut Oh nein So ein geiler Mülleimer Oh Mann, nein Wir werden gestrikt, Hilfe So ein geiler Mülleimer ist ein Instagram Account Der täglich den Mülleimer Bums Clip postet Und die bekommen mal mehr, mal weniger Aufrufe Aber teilweise auch 750.000 Views Ey, dafür muss ich hier 10 Videos hochladen Was ist denn das? Das ganze Video ist richtig schlimm Weltquiz Geografie Ach, ich muss Norwegen auswählen Ok, das ist Deutschland, dann ist Norwegen Hier ist so Dänemark, wa Hier so Ah, das waren die Marschallah-Inseln Ja, lass überspringen Die Marschallah-Inseln Warte mal Du hast Norwegen mit den Marschallah-Inseln verwechselt Ja gut Costa Rica Costa Rica, das hört sich so brasilianisch an, wa Was ist das hier unten? Das ist hier Amerika, wa Ist das hier Texas? Der denkt, dass Texas in Afrika liegt Philippinen Wo sind die Philippinen? Die philippinische Inselgruppe hier, ne? Ah, Titten Waaaaat Der denkt, die Philippinen sind amerikanisch Rechts am Mittelmeer Das Mittelmeer ist hier, wa Äh, äh, was? Asien War hier Asien ist ein Kontinent, ist auch crazy Ich kann nicht mehr Asien ist natürlich ein Kontinent, warum auch nicht? Wie soll ich diese Dummheit verarbeiten, Mann? Bist du nach dem Kacken wund wie eine Sau? Oh, war das Klopapier zu rau Okay, danke Ich kenne Tech-Videos irgendwie anders So basically what this device does is that it lets you control the volume of your TV just by using your hand So the only thing that you have to do is to place it on top of that sensor And if you do it at around this distance, then it turns the volume down If you put your hand a little bit higher, then it turns the volume up And like I programmed it so it doesn't matter how low or how high you put it, like it will still work perfectly It What the hell Ich kann nicht mehr Und für eine Sekunde habe ich wirklich gedacht, es würde mal ein spannendes Video eingesendet werden Was ist denn da? Die Werbespots von damals waren, äh, anders Was war der Spruch? Was? Okay, hä, okay Alter, was? Aber kommen wir jetzt zu einer richtig geilen Rubrik und diese ist wie immer, ja, ganz klar Musik Und dieses Mal haben wir eine Katze kombiniert mit einem richtig geilen Klassiker Welcher mich auch inspiriert hat, so einen alten Sketch von mir aufleben zu lassen Gut festhalten, jetzt wird's geil Für den musikalischen Teil Gut festhalten, jetzt wird's geil Oli, was waren dies? Danke fürs Zuschauen, ihr Zucchinis. Euer Zeo. Das ist Twitchy, Twitch Twitch Song. 15 YouTubern, keine Ahnung, wie viele Sekunden, wie viele davon kennen... Stopp. So, 3, 2, 1, go. Stopp. So, war ein nicees Video auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, war unterhaltsam, wie immer. Zeo-Videos sind ganz lustig. Kann man sich auf jeden Fall gut geben. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Original-Videos verlinkt auf jeden Fall. Und, ja, wir sehen uns.